Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Florence Pugh zählt ja mittlerweile zu den größten Shooting-Stars der letzten Jahre und auch wenn sie sich mittlerweile regelmäßig ins Blockbuster-Fach verirrt hat, vernachlässigt sie kleine, aber feine Produktion nicht und damit geht es heute um A Good Person, der in den USA bereits vor einiger Zeit angelaufen ist und hier leider nicht ins Kino kommt, sondern nur exklusiv auf Sky zu sehen ist, als Sky Original. Und wir besprechen dieses kleine, aber feine Drama von Zach Braff und das tue ich natürlich nicht alleine. Ich bin der Dom und bei mir ist jemand, mit dem ich auch schon ... Es ist, glaube ich, erst der dritte Florence Pugh-Film, den wir zusammen besprechen, aber ich glaube, hier bahnt sich ein Running Gag an. Hi Christopher. Hallo Dom, ich bin nüchtern. Bist du nüchtern? Ja, nach diesem Film wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich an meinen Tränen ersoffen. Nein. In einen Rausch versetzt, in einen wahren Rausch hat es dich versetzt. Auf jeden Fall, genau, anderweitig, ja. Nein, ich bespreche diesem Film natürlich hochgradigst objektiv. Ich habe mich trotzdem drauf gefreut, beziehungsweise war drauf gespannt. Wie ist es bei dir? Ja, Zach Braff als Regisseur ist für mich immer interessant, weil auch wenn die Reputation in den letzten Jahren doch irgendwie stark gelitten hat, bin ich immer noch ein großer Fan seines Erstlings Garden State. Und deswegen sehe ich mir immer gerne an, was er macht, auch wenn er ja von dieser quirky Indie-Schiene weggekommen ist und jetzt deutlich mehr Mainstream-affin inszeniert, wie auch schon bei seinem letzten Film davor, Abgang mit Stil. Der war ja eine ganz simple, brave Gauner-Komödie und jetzt eben hier ein Drama, das eigentlich auch so gut mit einem Mainstream-Publikum connecten könnte. Aber nach wie vor finde ich ihn interessant, weil er interessiert ist daran, etwas Wahres abzuliefern und wirklich Figuren zu zeigen, die wir als Menschen wahrnehmen sollen, mit allem Drum und Dran. und nicht einfach nur als Figuren, die eben eine Funktion in einer Story zu erfüllen haben. Das ist eine Stärke, die zieht sich durch all seine Regiearbeiten, aber dazu später dann auch mehr. Also ja, ich war in erster Linie aufgrund von Zach Braff's Regie hier mehr als interessiert. Okay. Ich brauche, glaube ich, nicht auszufüllen, warum ich interessiert war, aber ich fand den Trailer zum Beispiel auch nicht schlecht und Florence Pugh ist besonders in so ruhigen Dramen eigentlich absolut großartig. Wobei, ja gut, man kennt eigentlich keine schlechte Performance von ihr. Aber bevor das jetzt hier in Fan-Beuge-Bubble ausartet, Christoph, erklär uns mal auf, worum geht's überhaupt in A Good Person? In A Good Person begegnen wir der jungen Alison. Sie sieht mit ihrem Verlobten Nathan einer wirklich rosigen Zukunft entgegen. Alles läuft ganz prächtig. Und dann laufen die Hochzeitsvorbereitungen. Und Alison sitzt in einem Auto mit Nathans Schwester und deren Mann. Und sie guckt eine Sekunde lang zu lange aufs Handy und es kommt zu einem verheerenden Autounfall, bei dem Nathans Schwester und ihr Mann ums Leben kommen. Die beiden hatten auch eine Tochter, die daraufhin zu ihrem Großvater Daniel, gespielt von Morgan Freeman, kommt. Und die Verlobung wird natürlich gelöst. Wir machen einen Sprung und sehen ein Jahr später, dass aus Alison leider ein ziemliches Wrack und ein ziemlicher Junkie geworden ist. Sie schluckt eine Menge Pillen, sie trinkt zu viel, sie ist wieder zu ihrer Mutter gezogen und sie kriegt ihr Leben einfach nicht auf die Reihe. Aber dann eines Tages entschließt sie sich doch, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen und ausgerechnet da trifft sie auf den Vater ihres Ex-Verlobten Daniel, der auch ein ordentliches Alkoholproblem hatte und regelmäßig zu solchen Treffen geht. Und es kommt zwischen den beiden zu einer zaghaften Annäherung und eventuell besteht hier sogar die Chance, dass Alison ihre Dämonen überwinden und zurück ins Leben finden kann. Ja. Sehr viel Inhalt tatsächlich. Und das ist jetzt nur so die Grundprämisse, würde ich mal sagen. Ja, und sehr viel Inhalt ist auch, glaube ich, das Stichwort. Denn dieser Film geht zwei Stunden acht Minuten und das spürt man insbesondere in der ersten Hälfte, oder? Ich würde nicht sagen, dass der Film einen schlechten Flow hat. Wie du gesagt hast, er hat eine Menge zu erzählen und es ist nicht so, dass er hier irgendwie auf der Stelle tritt. Also die Story schlägt schon mehrere Haken und baut ziemlich gut aufeinander auf und hat auch mehrere emotionale Höhepunkte zu bieten. Und man nimmt sich am Anfang eben auch die nötige Zeit, um diese Figuren kennenzulernen. Also ja, man spürt diese zwei Stunden, aber nicht in einer Art und Weise, dass es sich irgendwie so anfühlt, als würde man sagen, jetzt hätte man aber einen Cut machen können. Jetzt hätte man aber zum Schluss kommen können. Ich finde, diese zwei Stunden sind gerechtfertigt. Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also die zweite Hälfte fand ich deutlich interessanter als die erste. Und die ging auch schneller rum irgendwo. Das ist dann ja die wandelte Relativitätstheorie so ein bisschen bei mir. Also was ja auffällt, der Film ist nach Don't Worry Darling, der zweite von Florence Pugh in der Hauptrolle, also mit Florence Pugh in der Hauptrolle, der, ja, eher durch Wachsen besprochen wurde in den USA. Ich höre jetzt auch schon raus, dass du jetzt eher so mittelmäßig begeistert warst, weil ich muss sagen, ich fand ihn eigentlich ziemlich solide. Ich auch, ich auch, doch, doch. Also es ist natürlich bei solchen Dramen immer eine reine Performance-Sache und auch eine Skript-Sache. Wie ich am Anfang schon sagte, ich mag an Zach Braves Regie, dass er sich halt bemüht, Menschen zu zeigen und keine Figuren, die nur Funktionen erfüllen. Und das versucht er hier. Das Gute, das Schlechte, das versucht er hier in allen Figuren wiederzufinden. Das Thema Vergebung spielt ja eine große Rolle. Und auch das Skript gibt einem, finde ich, nicht einfach so ganz leichte Antworten. Nee, gar nicht. Macht hier einfach nicht die typische Struktur, von wegen, dass du hast eine Protagonistin hier und sie durchläuft diesen Konflikt und dann kommt sie geläutert da wieder heraus. Das steckt alles hier drin, aber es wird nicht so einfach abgehandelt, dass man das Gefühl hat, man hat hier ein Malen-nach-Zahlen-Skript und man wird hier als Zuschauer schnell mit irgendeinem sentimentalen Schmalz abgefertigt. Nee, schmalzig ist der Film eigentlich nicht, finde ich. Er ist ... In keinster Weise, nein. Er ist in den Dialogen eigentlich auch relativ lebensnah und ungezwungen. Man hat eben auch vor allem am Anfang einfach einen sehr, sehr starken Kontrast, was eben die Hauptfigur Alison angeht. Das spielt Florence Pugh auch ... Also wirklich, du denkst, das sind eigentlich zwei verschiedene Personen. Weil sie wird am Anfang halt im ... Also in ihrem Bekanntenkreis eingeführt mit ihrem Verlobten zu dem Zeitpunkt noch und dann gibt es ja eben diesen Schicksalsschlag und ja, das sind zwei Welten. Und man kann schon mal sagen, das ist eine wahnsinnig intensive Performance von ihr, die auch wirklich so ein ... Also das ist eigentlich so ein Ritt fast durch alle Emotionen, hatte ich das Gefühl. Und auch wenn ich da Gefahr laufe, mich zu wiederholen, das ist womöglich in meinen Augen mit die beste Performance, die sie bislang abgeliefert hat. Ja, weil sie hat ja auch keine Angst davor, unbequeme Figuren anzupacken und muss nicht unbedingt in den Augen der Zuschauer jetzt hier als die große Sympathieträgerin dastehen. Alison bleibt zumindest für mich durchgehend eine sehr ambivalente Figur. Also ich kann verstehen, dass sie bestimmte Entscheidungen trifft, die sie trifft, weil nach so einem Schicksalsschlag, wer könnte sich da schon problemlos wieder aufrappeln. Aber dann gibt es auch immer wieder solche Momente, wo man denkt, also das war jetzt wirklich nicht nötig. Also in dem Moment hättest du, finde ich, jetzt schon ein bisschen mehr Reife, ein bisschen mehr Stärke zeigen können. Aber okay, es ist schwierig, über sowas zu urteilen, wenn man selber nie in der Situation war und hoffentlich auch nie sein wird. Aber es fiel mir halt schon schwer, und das hat mir gefallen, fiel es mir schwer, mit Alison zu sympathisieren. Es hat mir gefallen, dass der Film es da einem nicht so einfach gemacht hat. mit allen Figuren, auch Figuren, die auf den ersten Blick nur positiv und warmherzig wirken. Denn ja, Florence Pugh ist mal wieder großartig, aber ich muss wirklich sagen, und damit hätte ich nicht gerechnet, mein stilles Highlight hier ist eigentlich Morgan Freeman. Mhm. Ja, beide Performances eigentlich. Ja, natürlich, sie ist großartig. Aber bei Morgan Freeman ist das so, wir sind es in den letzten Jahren zu oft gewohnt gewesen, dass Morgan Freeman einfach nur so eine Mindest-Performance abliefert und durch Blockbuster und ziemlich bedeutungslose Filme einfach nur durch Schlaf wandelt. Ja, so phony, im Dauer-Phony-Modus. So, hier, ich bin Morgan Freeman und ich spreche hier mit meiner erhabenen Stimme und spiele einfach nur eine Autoritätsperson und macht einfach nur das Mindeste für seinen Paycheck und verabschiedet sich und niemand sagt irgendwas, weil er ist halt Morgan Freeman, er ist immer awesome. Aber hier wirklich, nach langer, langer Zeit, ich muss wirklich überlegen, wann ich ihn das letzte Mal so gut habe aufspielen sehen, hat er eine Rolle, wo er wirklich was zu spielen hat. Ja, ja. Ja. Er ist traurig, er ist wütend, er ist aufgewühlt, er ist mit sich selbst im Zwiespalt, er spielt hier auch wirklich die Emotionsklaviatur rauf und runter. und das ist jemand, das ist eine Performance, die man von so einem Veteranen wie ihm praktisch schon nicht mehr erwartet hätte. Also, obwohl das ein ganz anderer Film ist und ein ganz anderer Genre, ich musste da ein bisschen irgendwie an Robert De Niro in The Irishman denken. Von wegen, du hast diese lebende Legende, die einfach auch nur noch Dutzend Ware häufig abliefert und nicht mehr das Gefühl hat, hier irgendjemandem was beweisen zu müssen. Und dann kommt auf einmal so eine Performance, wo du denkst, ja, er kann es immer noch und hier liefert er den Grund ab, warum er einer der ganz Großen ist und dass er uns das nicht vergessen lässt. Ja, Morgan Freeman, muss man sagen, hat halt in den letzten Jahren, also entweder war er kaum noch zu sehen, der ist ja eigentlich fast in die Heimkinosparte abgewandert so ein bisschen. Und lustigerweise ist er wahrscheinlich auch, ja gut, Abgang mit Stil, hattest du erwähnt, da war der, glaube ich, auch schon drin. Ja. Aber er war auch, und das war auch eine richtige Phony-Performance von ihm vor rund zwei Jahren in diesem Film. Da war lustigerweise auch Robert De Niro drin, Kings of Hollywood. Da waren er und Zach Braff und De Niro und ich glaube auch noch Tommy Lee Jones vertreten. Den haben wir auch damals hier besprochen, habe ich, glaube ich, mit Thilo besprochen. Und ja, seitdem hat man ihn eigentlich nicht mehr so wirklich gesehen. Er ist auch wirklich stark gealtert, finde ich. Aber er hat's wirklich immer noch drauf. Und insbesondere die Szenen zwischen ihm und Florence Pugh sind eben das absolute Highlight, wie ich finde. Und auch wahnsinnig ... Also, das Schöne ist, dass er sie nicht irgendwie erschlägt mit seiner Präsenz und dass sie ihm aber trotzdem Paroli bieten kann. Also, die sind welche, die in ihrem Spiel räumen die sich beide gegenseitig den Platz ein, den sie gerade brauchen, um sich zu entfalten. Und das ist ziemlich, ziemlich großartig. So was habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem zwischen zwei Darstellern mit so einem großen Altersunterschied und auch keinerlei ... Also, die jetzt nicht irgendwie in einem romantischen Plot verstrickt sind oder Ähnliches. Ja. Also, das erste Beispiel ist vielleicht noch ... Vielleicht Anthony Hopkins und Olivia Colman in The Father. Ja, obwohl die jetzt nicht so weit auseinander sind. Also, das ist ja weg ... Nein, nein, das nicht. Ich meine, überleg mal, Florence Pugh ist Mitte, Ende 20. Und Morgan Freeman ist wie alt? Keine Ahnung. Ich kenne ihn nur alt. Über 80. Weit über 80 mittlerweile. Nein, das ist absolut großartig, vor allen Dingen auch zu sehen, du hast diese zaghafte Annäherung und die versprühen wirklich da allerbesten Charme und haben eine unglaubliche Chemie miteinander. Diese beiden, die nicht unterschiedlicher sein könnten, auch von ihren Backgrounds her. Diese Momente, wenn sie zu diesen Treffen geht und die beiden sehen sich und er versucht, mit ihr zu connecten, weil er auch irgendwie denkt, das ist eine zweite Chance für ihn. Wir erfahren ja auch, dass er auch große Probleme hatte und nicht immer so gut zu seiner Familie war. Und diese Szenen zwischen den beiden sind so charmant und so voller Lebensfreude. Aber dann kommen die dramatischen Szenen, wenn es dann eben auch wieder richtig kritisch wird. Und dann sitzen aber auch dann die Schläge in die Magengrube dementsprechend. Also die beiden liefern hier beides auf dem absoluten Top-Niveau ab. Ja, die machen das eigentlich schon sehenswert. Also da sind dann die anderen Sachen so ein bisschen nebenher. Wobei ich muss sagen, der Film hat zwei unfreiwillige Meta-Ebenen. Zum einen ist ja eben, also ist ja offenes Geheimnis, dass Florence Pugh mit Zach Braff liiert war. Ja. Und wahrscheinlich auch deshalb in diesem Film auftritt, ohne jetzt beiden irgendwie da was unterstellen zu wollen. Sie ist halt wirklich absolut perfekt für diese Rolle. Gerade eben, weil die aus dem Raster fällt und Florence Pugh ja auch schon oft gezeigt hat, dass sie nicht vor solchen Rollen zurückschreckt. Ein Stück weit ist das hier eigentlich sogar eine Fortführung dessen, was sie in Midsummer hatte. Zumindest in der ersten Hälfte von Midsummer. Und bei Morgan Freeman ist es ja ... Du ahnst du schon, was ich sagen möchte? Ja, sag es erst mal. Naja, Morgan Freeman tritt hier ja relativ autoritär, wenn jetzt auch nicht durch die Bank. Das ist schön ausdifferenziert einfach vom Drehbuch. Es ist ja auch bekannt, dass der, soweit ich weiß, seine Stiefenkelin geehelicht hat. Und ... Okay, aber ... Also im wahren Leben jetzt. Ja, nein, das war nicht. Ich dachte eher auf einen bestimmten Gag, der da unfreiwillig hervorkam, durch eine Dialogzeile. Welche? Da musste ich ziemlich schmunzeln. Welche? Weil du erfährst ja über Morgan Freeman, dass er ja im Keller eine Modelleisenbahn hat und er hat die komplette Stadt. Das ist auch so ein typisches Zach Braff-Ding. Natürlich spielt der Film in New Jersey. Also es gibt hier zwei typische Dinge, die halt nach Zach Braff schreien. A, der Film spielt in New Jersey. B, du hast diesen sehr netten, klingenden Indie-Soundtrack die ganze Zeit im Hintergrund. Der ist nicht so gut wie der Garden State-Soundtrack. Der ist eins am Spitze, aber da sind auch ein paar ganz nette Songs dabei. Vor allem welche, die Florence Pugh auch selber geschrieben und gesungen hat. Ja. Und du hast ja dann diese Szene, dann ist Morgan Freeman, zeigt ihr seine Modelleisenbahn samt Stadt, die er da nachgebaut hat in seinem Keller. Und die beiden spielen ein bisschen damit. Und er sagt halt, hier ist die Welt halt noch in Ordnung. Das macht mir großen Spaß. Und Florence Pugh sagt, was macht dir denn daran Spaß, um Gott zu spielen? Und ich sagte, Mädchen, der Mann hat schon längst Gott gespielt. Weißt du, mit wem du hier redest? Ach so. Ah. Ich glaube aber nicht, dass... Nein, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man hier... Obwohl, wer weiß, wer weiß, vielleicht was. Ich glaube nicht, dass man hier in diesem Film bewusst deine Bruce-Allmächtig-Anspielung packt. Nein, wirklich nicht. Und auch nicht Evan-Allmächtig, nein. Wobei, wer weiß, also, ich muss sagen, also, das kann ich auch noch mal zur Chemie zwischen beiden sagen, da waren wirklich Szenen, da hast du... Also, wer weiß, vielleicht ist es ja Improv gewesen. Weil manches fühlte sich wirklich so an. Das ist so ein natürliches Schauspiel, wie ich es wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. und zwar eigentlich auch von allen Beteiligten im Film. Also, auch Molly Shannon zum Beispiel, die ihre Mutter spielt, die kommt zwar jetzt ein bisschen, also, natürlich deutlich kürzer als Morgan Freeman, aber da gibt es halt eine Szene, wo, ja, Alison halt das Verhalten einer Tablettensüchtigen an den Tag legt, die wirklich richtig unangenehm ist. Also, die erinnert es schon ein bisschen an Black Swan tatsächlich oder so. Ja, also, auch bestimmte Szenen aus Euphoria hat mich das auch erinnert. So, wirklich so, dass, was die SORT mit einem machen kann, dass man dann auch so rigoros, brutal mit Familienmitgliedern umgeht. Das war schon wirklich erschütternd. Der Film ist dahingehend aber, wie gesagt, schon einfach schön ausdifferenziert. Also, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie... Also, die haben halt alle ihre Fehler und Schwächen, aber trotzdem auch guten Eigenschaften. Und sie treffen auch manchmal dumme Entscheidungen. Es fühlt sich einfach sehr menschlich an. Alle Figuren in diesem Film sind eigentlich menschlich. Und, ähm, das muss ich sagen, das hat mir sehr, sehr gefallen. Das wirkt da auch nie irgendwie drüber. Äh, oder, oder, äh, ich weiß nicht. Vor allem, was, ähm, äh, um noch mal auf Florence Pugh zu kommen, äh, die hat ja auch sehr, sehr viele, äh, Nuancen in ihrem Spiel. Also, wirklich schon so Ticks, ne? Also, äh, die, die auch noch mal deutlich, äh, einfach, äh, ja, ihr, ihr Drogenproblem unterstreichen. Und das ist vor allem auch nicht so klischeehaft geschildert, wie ich finde. Und auch teilweise, also wirklich richtig, richtig unangenehm. Also, Chapeau, dass die so eine Rolle annimmt. Ja, und auch der restliche Cast, die gehen zwar alle hier und da ein bisschen unterz mit, neben den beiden. Aber ich würde nicht sagen, dass da niemand glänzen kann. Du hast bereits Molly Shannon als ihre Mutter erwähnt. Und auch die junge Dame, die halt Morgan Freemans Enkelin spielt. Ich hab den Namen jetzt nicht parat. Äh, äh, Ryan. Ja, also, das ist der Rollenname Ryan, ja. Wirklich klasse. Also, sie hat Dialoge mit Morgan Freeman, die für ein bisschen Humor sorgen. Das hat mir gut gefallen. Und die, wenn sie dann mit Alisons Figur konfrontiert wird und sie spricht zum ersten Mal mit der Frau, die verantwortlich ist für den Tod ihrer Eltern, da baut sich eine Intensität auf, die ist ganz, ganz großartig. Da spielen sich die beiden auch sehr schön die Bälle hin und her. Ja. Das ist aber generell einfach so, dass die, ähm, wie gesagt, die räumen sich alle gegenseitig den Platz ein und keiner spielt da irgendwie den anderen an die Wand. Das ist, äh, das ist auch bemerkenswert, dass Morgan Freeman da so, äh, wirklich, äh, differenziert agiert. Ja, das ist irgendwo das, was Zach Braff aber beherrscht, seit er zum ersten Mal Regie geführt hat. Das siehst du ja auch in Garden State. Zach Braff hat selber mal gesagt, er lässt da, was die Schauspielerregie betrifft, gerne, äh, äh, seine Theatereinflüsse einwirken. Von wegen halt, man denkt als Ensemble. Und auch wenn es eine Hauptrolle gibt und wenn es Nebenfiguren gibt, dann betrachten ja trotzdem alle sich als Team und agieren so, dass auch jeder zum Zug kommt. Und das hast du in Garden State, das hast du auch im Nachfolgefilm Wish I Was Here, der ja deutlich schlechter abgeschnitten hat, aber ich finde ihn immer noch ganz charmant. Und auch in den Nachfolgesachen, wenn es eine große, große Stärke gibt bei seiner Regie, dann ist das die Schauspielerführung und wie er auch ein Ensemble funktionieren lassen kann. Ich meine, der Film sieht ein bisschen gewöhnlich aus, dass ist Zach Braff irgendwie abhandengekommen, obwohl er ja hier mit Mauro Fiore einen wirklich tollen Kameramann hat. Ja, es ist der vom ersten Avatar. Ja. Aber irgendwie ist Zach Braff hier nicht daran interessiert, seiner Regie hier visuell einen großen Stempel aufzudrücken. Die Bilder sind so Standard, wie es nur sein kann. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn man eben diese anderen Pluspunkte hat. Ja, es soll eben auch geerdet wirken, denke ich mal. Also er hat ein paar visuelle Spielereien, vor allem wenn dann irgendwie Florence Pugh auf dem Trip ist oder was. Wobei das auch eigentlich recht dezent inszeniert ist. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte mir so ein paar amerikanische Kritiken durchgelesen. Also der Film ist ja relativ, also der ist jetzt nicht zerrissen worden, aber in Teilen, ja doch in Teilen schon. Und vor allem auch für seine Dialoge und seine Inszenierung kritisiert worden. Und das kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Dialoge und Inszenierung. Ich wüsste, müsste ich die Kritiken selber lesen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was man dem da vorwerfen kann, weil es fühlt sich doch authentisch an. Es ist niemals so dramatisch, dass es sich melodramatisch anfühlt. Also das ist das Ding. Das ist doch das Gute an dem Skript hier einfach. Dass, wie am Anfang schon erwähnt, man macht es hier dem Zuschauer nicht leicht. Es gibt keine einfachen Antworten. Es gibt keine übliche Drei-Akte-Struktur, bei dem sich am Ende alles in Wohlgefallen auflöst. Nein. Aber dennoch weiß der Film dramatisch zu steigern. Also es gibt hier halt eine Sequenz ziemlich zum Ende hin, wo Alison sich mit Ryan trifft und die beiden wollen einen draufmachen, was halt Daniel nicht weiß. Und dann kommt es ja dann noch mal fast erneut zu einer Tragödie. Und das ist wirklich ganz, ganz stark. Da weiß der Film noch mal den Spannungsbogen zu steigern, noch mal einen draufzusetzen, ohne dass das irgendwie in eine vollkommene Tragödie abdriften muss. Und das hat mir gut gefallen, dass du konntest noch mal zeigen, die Lage ist ernst und diese Figur ist wirklich kaputt. Und sie scheint auch nichts dazu zu lernen, ohne dass man hier jetzt den Zuschauer komplett emotional zerstören muss damit. Ja, es sind beide Figuren auch irgendwie kaputt. Das wird ja auch gerne mal gespiegelt. Was ich auch bemerkenswert finde an der eigentlichen Tragödie, ist halt, also eigentlich hätte man ja erwarten können, dass ihr Verlobter bei dem Unfall stirbt und nicht ihre Verwandten in Späh. Ja. Also das wäre eigentlich eher typisch gewesen. Und da geht der Film eigentlich, ja, ich weiß nicht, also der hat schon irgendwie eine Konstellation, die man nicht so häufig sieht, ne? Dass der Schwieger, also der, der Schwiegervater hätte sein sollen, dass der mit ihr anbandelt, aber wiederum sie für den Tod der anderen Kinder verantwortlich ist von ihm. Das stimmt. Das ist, das ist sehr ungewöhnlich, finde ich. Jetzt, wo du es sagst, da habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Aber ja, für gewöhnlich wäre es dann der Verlobte gewesen, der bei sowas stirbt und dann diese, diese, diese Sache zwischen ihnen steht und es sich zu einer ganz langsamen Annäherung zuspitzt. Ja, das, das, das hat man so nicht gesehen. Vor allen Dingen hat das dann auch die Möglichkeit gegeben, die Situation noch weiter zuzuspitzen. Denn sie muss ja nicht nur damit klarkommen, sondern auch mit der Tatsache, dass andere Leute um sie herum, sprich ihr Ex-Verlobter, weitermachen. Und das hat sie ja dann noch weiter runtergezogen und macht es für sie noch schwieriger, aus der Drogensucht zu kommen. Sie hat damit zu kämpfen und dann erfährt sie ja auch noch, dass ihr Verlobter ist wieder mit jemand anderem zusammen und so weiter. Und das hat ganz neue Möglichkeiten geboten, das Drama interessant zu halten, dauerhaft. Du hattest auch hier die, äh, hier Ryan erwähnt. Die war auch sehr, also das ist ja die, die 16-jährige, äh, Enkelin von Morgan Freemans Figur. Und, ähm, hattest du ja schon gesagt, also die ist wirklich gut geschrieben, auch im Hinblick darauf, dass die halt noch sehr jung ist. Und da gibt's ja dann wirklich Stellen, wo man, wo man, wo man sich jetzt fragt, was, was hast du dir dabei gedacht? Aber da merkst du halt, das, äh, also da, da schwingt einfach auch eine kindliche Naivität fast noch mit, ne, in ihrer Handlungsweise. Fand ich auch sehr authentisch und, äh, absolut glaubwürdig. Also, natürlich kann man sich darüber aufregen, dass das irgendwie dumm ist, aber ganz ehrlich, so sind Menschen nun mal. Menschen machen Fehler, Menschen verhalten sich dumm, Menschen verhalten sich impulsiv und handeln unüberlegt. Gerade im jungen Alter wollen sich ausprobieren und verstehen emotionale Dinge zwischen, äh, zwischen Menschen einfach noch nicht so. Das ist, wirkte auf mich absolut glaubwürdig und auch wirklich gut geschrieben an der Stelle. Also, ich versteh nicht ganz, warum dieser Film so, äh, äh, irgendwie stiefmütterlich wegkam bei der US-Kritik. Dafür hätte ich die Kritiken lesen müssen, ansonsten kann ich dazu nichts sagen. Ich finde halt nur, dass Zach Braff als Regisseur hat eine eigene Stimme und ist immer um Authentizität bemüht und das muss man ihm hoch anrechnen, denn, obwohl er hier und da Zugeständnisse macht an den Mainstream und nie wieder so sein wird wie bei Garden State, aber das war auch eine Phase in seinem Leben, dass der Film so geworden ist, wie er geworden ist. Das hatte eben auch damit zu tun, das war sein Erstlingswerk, er hat viele eigene Jugenderfahrungen damit verarbeitet, das war ein sehr persönlicher Film. Das ist so ein Debütwerk, da weiß man ganz genau, sowas wird ein Regisseur nie wieder machen, weil das ist halt sowas, du hast bei vielen Regisseuren ein Debüt, das so komplett anders ist als das, was sie später machen, weil... Ja, Richard Kelly. Ja, das war halt eine Phase im Leben, sowas erlebt man nur einmal und auch wie man die Welt betrachtet hat als ganz junger Regisseur, Mitte 20, wenn man zum ersten Mal Regie führt, das sind all solche Faktoren, die spielen da mit. Deswegen im zweiten Garden State kann und wird man von ihm niemals bekommen. Aber er ist trotzdem jemand, den ich als Regisseur gerne öfter sehen würde, weil er, da ist dieser menschliche Faktor bei ihm, den ich bei anderen Produktionen dieser Art doch oft vermisse, wo ich einfach das Gefühl habe, jetzt wird hier die und die Masche abgezogen und er wehrt sich einfach strikt dagegen, mit typischen Story-Bausteinen zu arbeiten. Von daher, von mir aus, ja, es ist hier und da, kann ich verstehen, wenn Leute Probleme mit der Lauflänge haben, obwohl ich ja auch der Meinung bin, der Film nimmt sich die Zeit, die er braucht, aber von mir aus, ja, es ist ein sehr authentischer Film, es ist ein Film, der einem einfache Antworten verwehrt, es ist ein Film, der gleichzeitig einen zum Lachen und zum Weinen bringen kann und einfach diese volle emotionale Erfahrung, die so eine Tragödie auswirken kann und vor allen Dingen auch, wie viele Leben dadurch berührt werden können, auch sehr eben sehr genau widerspiegelt, von daher, ja, von mir aus klare Empfehlung. Ja, kann ich mich nur anschließen, also der ist, selbst wenn man irgendwie Probleme haben sollte mit der Handlung und vielleicht auch der einen oder anderen Länge, ist der allein schon wegen der Performance sehenswert. Also vor allem von eben beiden im Fokus und auch die lieben Caster gibt sich eigentlich auch keiner, die Blöße ist ordentlich inszeniert. Ist schade, dass man dem jetzt nur im Stream gucken kann. Auf der anderen Seite wäre der im Kino total untergegangen, aber das wird er dann wahrscheinlich auf Sky ebenso. Ja, kann man sich natürlich gerne ein eigenes Bild von machen, ab dem 29. Exklusiv bei Sky zu sehen, also Sky-Filme dann. Ja, und damit sind wir am Ende. Ja, von Florence Pugh werden wir ja dieses Jahr noch einiges sehen, ne? June. Freue ich mich nicht. June, Oppenheimer. Oh mein Gott, Oppenheimer auch noch. Gott, sie ist ja in den, sie ist gleich in den zwei Filmen drin dieses Jahr, wo sich die Filmbros am meisten drauf freuen. Also im Nolan und Will Neuf Doppel. Das ist ja echt der Hammer, ja. Ja, das ist echt ein Hammer. Ja, und das ist ja, also der ist ja, ja gut, hier Marvel kommt ja nächstes Jahr dann bei ihr. Sie dreht ja aktuell, We Live in Time mit, äh, Andrew Garfield. Das ist, glaube ich, in, äh, Rom-Com, soweit ich weiß. Bin, bin ich gespannt, ob sie, äh, wer weiß, vielleicht macht sie ja einen auf Natalie Portman, die mit, äh, Freundschaft Plus damals wirklich halt, zum ersten Mal so 0815-Filme gemacht hat in dem Bereich. und, äh, Florence Pugh hat ja eigentlich immer, also, das ist womöglich mit ihre unbequemste Rolle hier. Naja, egal, ähm, wie der Film wird unser Podcast so langsam zu lang, äh, Christopher, vielen Dank. Ja. Den nächsten Florence-Film werden wir wahrscheinlich nicht mehr besprechen, wer weiß, äh, einer von uns beiden, ja, obwohl vielleicht Oppenheimer mal gucken, äh, aber, äh, ja, das sind ja große Blockbuster und die kriegen wir ja meistens nicht in die Finger, aber, äh, ich freue mich natürlich auf den nächsten kleinen, aber feinen Indie-Film, den sie dann macht und, äh, den wir dann natürlich zusammen besprechen. Selbstverständlich wieder. Danke dir, Dom. Danke alle fürs Zuhören. Bleibt sauber, bleibt nüchtern und, äh, guckt auf die Straße beim Autofahren. Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. inklipp Ebensof Ebensof für hall� Ebensof Vielen Dank.